Management studieren An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best of the Learnings hier für euch als Reihe. Wir gehen hier vom Einfachen zum Schweren. Das bedeutet, wir fangen mit einfachen erlebnispädagogischen Spielen an, um Grundmuster zu erkennen, aber werden immer näher an den Job kommen und werden immer mehr an wirkliche Realitäten der Berufswelt herangehen. Aber erst wird das Einfache gelöst, dann kann ich mich an ein komplexes Wagen. Hand dran lassen. Und auf drei alle auslassen. Eins, zwei, drei. Jawohl! Stark! Sehr gut gemacht, genau. Endlich mal da, wo wollt ihr? Immer besser gepasst, besser als Team zusammengearbeitet auch. Und ja, es gab einfach einen, der quasi gesagt hat, was jeder macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das wird egal, was der schöne